Hey Leute, heute mal ein ganz kurzes Video, weil ich heute keine Zeit hatte, viel zu machen. Es ist jetzt schon kurz vor 6 Uhr. Ich werde einfach noch kurz erzählen, was ich heute gemacht habe. Das wird wahrscheinlich einfach nur ein kurzer Mantel, kann ja nicht. Also, naja, ich bin halt in der Früh aufgewacht. Und um, ja, früh ist nicht ganz richtig, es war mehr so 12 Uhr. Habe dann noch kurz geschnitten und so weiter, das Video fertig geschnitten, was von euch aus gestern um 6 Uhr kam. Und danach erst noch ein bisschen frühstücken und so weiter. Danach bin ich mal durch meinen Videomanager durchgegangen. Mir ist aufgefallen, dass ich seit Vlog Nummer 7 die falsche Nummerierung nutze, weil ich halt zweimal im Vlog 7 und zweimal im Vlog 8 hatte. Deswegen habe ich die jetzt alle neu nummeriert. Deswegen, dass das jetzt auch Vlog Nummer 15 ist, obwohl ich gestern eigentlich Vlog Nummer 12 kam. Weil es ja eigentlich gestern Vlog Nummer 17 war. Und naja, da war ich noch halt kurz radeleifahren. Bin jetzt immer, war jetzt noch kurz rum und spazieren. Und das war es dann eigentlich für heute. Und ich weiß nicht, wann es nichts kommen wird, ob es vielleicht, es ist jetzt zwei Tage in der Pause oder so. Ich kann es noch nicht sagen. Auf jeden Fall nicht wundern, falls jetzt mehrere Tage nichts kommt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Ciao.